Paprika, lass uns ein Spiel spielen! Spiel gestartet! Nein! Lilly, du darfst diesen Satz nicht sagen! Einer von uns wird jetzt sterben! Upsi! Okay, wir haben keine andere Wahl. Du musst ein Spiel auswählen. Was? Lilly, wähle ein Spiel aus! Und eins, in dem du gut bist, damit du gewinnst. Nein! Ich möchte aber nicht, dass du stirbst! Lilly, jetzt wähle einfach ein Spiel! Okay, dann Zahnstocher ziehen! Lilly, das ist ein Glücksspiel! Du solltest ein Spiel wählen, in dem du gut bist! Ich weiß, ob ich eigentlich nicht gut bin! Okay, dann sieh du zuerst! Ich habe den kürzesten gezogen! Halt! Lass uns ein Spiel spielen! Spiel gestartet! Ich möchte mit dir ein Deal machen! Gewinne ich, verstoßen meine kleine Schwester, verlieren wir, bringst du uns beide und bekommst aber das doppelte Preisgeld! Ich war einfach für ein Spiel! Wir spielen Schere, Stein, Papier! Schere!